Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, meine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Robertra an. Dieser hat über Digistore24 geschrieben, welches er mit 4,8 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Die Vertriebsplattform für digitale Produkte im Test. Erfahrungsbericht. Erst einmal Hallo und schön, dass du dir die Zeit nimmst, meine Digistore24 Erfahrungen zu lesen. Vielleicht bist du per Zufall auf mein Digistore24 Review gestoßen und erfolgst unserer Webseite schon länger. Möglicherweise bist du durch eine Suchmaschine auf unseren Digistore24 aufmerksam geworden, aber es spielt keine Rolle, wie genau du hierher gefunden hast, denn hier bist du richtig und ich erkläre dir aus Expertensicht, weshalb genau. Du möchtest im Online-Business Geld verdienen, egal ob als Affiliate-Partner, also Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen oder als Digistore24-Wendor, also anbietende Händler. Digistore24 wird dafür deine neue Plattform werden und weshalb sich unzählige Menschen dieser These so sicher sind, kannst du nun hier lesen. Was genau Digistore24 ist, welche Verdienstmöglichkeiten bestehen, was für Digistore24 Erfahrungen ich gemacht habe bzw. diese auch noch weiterhin machen werde, erzähle ich dir hier nun in meinem Digistore24 Erfahrungsbericht ganz ausführlich. Außerdem erfährst du hier, ob Digistore24 wirklich so seriös ist, wie viele wir behaupten. Also dies einfach kurz weiter und mache dir Gedanken, ob das auch was für dich ist, um damit sehr gutes und vor allem auch legales Geld online zu verdienen. Was ist Digistore24? Mit über 20 Jahren Erfahrungen ist Digistore24 zur größten deutschsprachigen Vertriebsplattform zur Vermarktung von digitalen Produkten geworden. Aus diesem und noch weiteren Vorteilen, die ich später noch erläutern werde, haben eine ganze Reihe unzähliger Vendoren, wie zum Beispiel E-Book-Autoren, Entwickler, Plattformbetreiber, Online-Marketing-Experten sich entschieden, ihre Produkte über diese Vertriebsplattform zu verkaufen oder weiter bewerben zu lassen. Als registrierter Affiliate kannst du die passenden Produkte für deine Zielgruppe heraussuchen und diese weiterempfehlen. Bei erfolgreicher Vermittlung wirst du prozentual vom Umsatz vergütet. Die Vergütungen liegen weit höher als bei Partnerprogrammen mit physischen Produkten. Mein persönliches bestes Produkt, welches ich meinen Partnern weiterempfohlen habe, lag sogar bei voll in 100%. Und so funktioniert es. Wenn du deine Produkte online optimal verkaufen lassen möchtest, arbeitest du in der Regel mit einer Vielzahl von Partnern zusammen. Das können einerseits Vertriebspartner, also Affiliates, aber auch sogenannte Joint-Bencher-Partner sein. Affiliates helfen dir in der Regel, durch verschiedenes Marketing dein Produkt zu verkaufen. Das tun sie, indem sie es mit der Auslieferung von interessanten Content und einem zielgerichteten Publikum empfehlen. Hierfür bekommt der Affiliate eine Provision, wenn es nun zum Verkauf kommt. Bei digitalen Produkten sind diese unglaublich hoch, da bestimmte Kostenpunkte entfallen und die Arbeit zur Erstellung eines digitalen Produktes eine einmalige Sache ist, bis es unbegrenzt dupliziert werden kann. Teilweise erhältst du bis zu 100% Provision bei einem einzigen Verkauf. Die andere Form der Partnerschaften sind die Joint-Ventures. Hier teilt sich dein Anteil, den du als Produkthersteller bekommst, mit einem Partner. In der Regel hat er dir geholfen, das Produkt zu erstellen. Beide Partnerschaften kannst du mit Digistore24 vollautomatisch realisieren und ablaufen lassen. Die perfekte Anbindung. Weitere Partner von dir sind beispielsweise E-Mail-Marketing-Systeme, wie Infusionsoft, GetRespoons, Cleverreach oder Clicktip. Wenn du Online-Mitgliedschaften anbietest, so ist nicht nur der Serveranbieter dein Partner, sondern auch der Anbieter des Membership-Systems. Wie beispielsweise Digi-Member. Auch für all diese Partnerschaften hat das Unternehmen eine vollautomatische Lösung für dich. Digistore24 kommuniziert über seine API-Schnittstelle mit deinem E-Mail-Marketing- und Membership-Systemen, sodass es nicht mehr nötig ist, Kundendaten und deren Zahlungsstatus manuell zu übertragen. Alles geschieht vollautomatisch, wenn du das Resell-Modell von Digistore24 benutzt. Wenn du ein Anbieter bist, kannst du deine erstellten digitalen Produkte über die Vertriebsplattform vertreiben und Affiliate-Partner finden, welche diesen Job für dich erledigen. Als wenn nur hast du sicherlich noch einige Fragen. Diese kannst du mir einfach in den Kommentaren stellen und ich werde sie dir schnellstmöglich beantworten. Denn dieser Punkt ist sehr umfangreich und das gröbste sei schon gesagt, es ist die Möglichkeit, dir dein eigenes Business mit eigenen Produkten vollautomatisiert aufzubauen. Was ist Digistore24 Affiliate? Ich denke, dass du schon weißt, was ein Vertriebsplaner ist, aber zur Vollständigkeit steht das hier auch nochmal ausführlich. Als Affiliate oder Online-Vertriebspartner suchst du ein starkes Netzwerk, das dir eine Anbildung an verkaufsstärke und qualitative Produkte bietet und deine Auszahlungen pünktlich und zuverlässig erledigt. Deine Profite als Affiliate liegen in den technischen Details deines Netzwerkes. Futures wie Kampagnen-Tracking, Upsells, Downsells, Add-ons, Abo-Produkte und Conversion-optimierte Bestellformulare tragen alle in der Summe dazu bei, dass deine Bemühungen als Affiliate langfristig und sicher profitabel sind. Egal welche Art von Interessenten oder Kundenliste du für deine Tätigkeiten Affiliate hast. Dein Business ist nur dann nachhaltig, wenn du dich dazu entscheidest, deinen Kunden Angebote entsprechend ihren individuellen Interessen zu machen. Genau dies ist mit diesem Unternehmen möglich. Die Vielfalt der Produktpalette unserer Vendoren erlaubt es dir, gezielt auf deren Wünsche einzugehen und ihnen so einen echten Mehrwert zu bieten. Vorteile und Nachteile von Digistore24. Zu den Vorteilen von dem Unternehmen gehört unter anderem die gemeinsame Plattform. Er muss sich nur einmal anmelden und kann tausende Produkte bewerben und damit Geld verdienen. Oder man bietet sein eigenes Produkt an. Du erhältst maßgeschneiderte Lösungen für dein Internet-Business, da du deine breite Palette an digitalen Produkten wie E-Books, Videokurse, MP3-Hörbücher, Webinare etc. zu attraktiven Provisionen vermarkten kannst. Digistore24.com ist die am schnellsten wachsende Plattform für Affiliates sowie Anbieter von digitalen Produkten. Das schafft Vertrauen und zeugt von Expertise. Es sorgt mit seinen Bestellformularen und Einstellungsoptionen für maximale Profite pro Besucher, wodurch sich optimale Voraussetzungen für erfolgreiche Leadgenerierung und Produktverkäufe ergeben. Dabei handelt es sich um ein deutschsprachiges Portal für Online-Vertriebslösungen mit Sitz in Hildesheim, weshalb keine Englischkenntnisse vernöten sind. Dadurch steht dir ebenfalls ein zuverlässiges Support-Team zur Verfügung, welches dich rund um die Uhr in deutscher Sprache bei Fragen, Problemen etc. betreut. Des Weiteren brauchst du dir keine Sorgen wegen Sicherheit und Datenschutz machen. Digistore24 Auszahlung. Bei Digistore24 erhältst du pünktlich deine Provisionsauszahlungen bis zu viermal im Monat bei gleichzeitiger Transparenz bezüglich alle Transaktionsdateils. Hier kommt das Geld nicht über irgendein Aufschaukonto von einem unseriösen Zahlungsanbieter mit extrem groben Gebühren zu dir. Es werden moderne, aufschlussreiche Marketing- und Analyse-Tools eingesetzt, was bedeutet, dass du sowohl auf Content-Seiten und Webinar-Seiten als auch auf Landing-Pages und Verkaufseiten verlinken kannst und dennoch zuverlässig deine Provisionen zugeordnet werden. Bei diesem Unternehmen ist deine Filiate-Provision sicher. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist, dass die Vertriebsplattform anscheinend nicht oft auf inhaltliche Qualität der Produkte achtet. Bei über 2000 Produkten wahrscheinlich nicht so einfach, aber es ist doch einiges an Müll und überteuernde Produkte auf dem Marktplatz zu finden. Durch die gute Suchmaske, die in 30 Themenkategorien eingestellt ist und durch die Conversion-Rate und die Stornopote kann man diese schwarzen Schafe aber leicht entdecken und empfiehlt diese einfach nicht. Digistore24 Review. Meine Digistore24 Erfahrungen. Mein Fazit wird diesmal kürzer sein als bei vielen anderen Produkten, die ich getestet habe, da ich über das Unternehmen fast nur Positives berichten kann und Digistore24 seriös ist. Klar benutze ich auch noch andere Partnerprogramme, aber nur noch für physische Produkte. Digistore24 ist eine gute Einnahmequelle für mich als Vertriebler geworden. Durch den tollen Aufbau der Seite und den Marketing- und Analyse-Tools ist alles gut überschaubar. Die Provisionen sind erstklassig. Wenn man die schwarzen Schafe einfach links liegen lässt und die Top-Produkte bewirbt, bleibt der Name auch sauber und man kann sein Online-Business solide und nachhaltig ausbauen. Da die Plattform für Vendoren und Affiliate natürlich kostenlos ist, kann ich dir nur empfehlen, einfach selber reinzuschauen, um dir ein Bild zu machen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-scanner.de